Es kommt der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht, lesen wir beim Propheten Malachi. Und wir lesen auch bei ihm. Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie ein Feuer. Dieses Wort, liebe Schwestern und Brüder, hat der alte Simeon mit Sicherheit gekannt und oft bedacht. Wir wollen uns ein wenig in ihn hineinversetzen. Mir ist das dieser Tage am besten gelungen, als ein, sofern man das sagen kann, auf Facebook ein Freund ein Bild gepostet hat. Man hat es erst nach dem Tod des Künstlers entdeckt und es ist nicht vollendet. Der vollkommen bis aufs letzte Hemd verarmte Rembrandt hat es hinterlassen. Mit diesem Motiv des Kreisen Simeon, das ihn wohl ein Leben lang beschäftigt hat. Man sieht einen alten Gerechten, wie man sich einen alten Juden vorstellt, mit einem langen, wallenden Bart, mit eingefallenen Augen, die aber sehr lebendig sind. Man sieht einen Mann, der seine Hände nicht mehr richtig bewegen kann, sodass er noch im Halten des Kindes, das ihm auf die Unterarme gelegt wird, die Hände ausstreckt. Er trägt dieses Kind, dieses kleine Kind so. Ein ungemein beeindruckendes Bild. Wer erträgt den Tag, an dem er erscheint? Denn er kommt wie Feuer. Was muss in diesem Mann lebendig gewesen sein? An Sehnsucht, an Geduld, an Ausharren, an einer Liebe zu Gott, dass er Tag für Tag darauf wartet, auf diesen Augenblick, dass er kommt mit Feuer, dass er kommt, wie der Malachi sagt. Wer erträgt es? Und dann erkennt er, obwohl er dieses Wort möglicherweise in sich trägt und etwas ganz Gewaltiges erwartet, er erkennt die Erfüllung dieses Wortes in diesem Winzling, in diesem eingewickelten Kind, das ihm auf die Arme gelegt wird. Und er spricht dieses gewaltige Wort, das eigentlich schöner übersetzt ist, wenn man es direkt nimmt, jetzt kannst du deinen Sklaven freilassen, gebunden durch das Wort Gottes, gebunden durch die Offenbarung, dass er nicht sterben kann, bevor sich das erfüllt, was er hört, was er ersehnt. Jetzt kannst du deinen Sklaven endlich freilassen. Er erkennt den gekommenen Herrn in ihm, diesem Kind, in diesen beiden unbedeutenden Gestalten, Maria und Josef, die dort zum ersten Mal nach Jerusalem ziehen, um das Gesetz des Herrn zu erfüllen. Das ist der Part des Simeon, den man noch gar nicht ausschöpfen kann. Und ich bin immer versucht, auf die Kantate Bachs hinzuweisen, die diesen merkwürdigen Titel trägt, wenn man es zum ersten Mal hört, ich habe genug. Das sagen wir schnell, ich weiß. Es reicht uns dann schnell. Aber gleichzeitig sind wir solche, denen es nie reicht. Wir haben ja eben nie genug. Aber Bach lässt diesen Simeon genau dieses Wort singen. Das ist auch eine schöne Übersetzung. Ich habe genug. Ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen, auf meine begierigen Arme genommen. Ich habe genug. Liebe Schwestern und Brüder, ist das nicht auch ein gewaltiges Wort, das uns treffen muss? Wir wollen uns wirklich ein wenig in diesen Simeon hineinversetzen. Was bedeutet es, ein Leben lang zu warten? Ich kann von mir, muss ich gestehen, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, wenn ich wie eben auf die Sänger warten muss und sie stehen im Stau, dann ist das sehr unangenehm. Und dann wird mir jede Minute zu lang. Aber so ist es manchmal im Leben. Aber da geht es um 20 Minuten. Hier geht es um ein ganzes Leben. Und nicht irgendein Meeting, sondern um die Erfüllung des Lebens. Ein ganzes Leben zu warten. Ist das nicht auch ein Zeichen für unseren christlichen Weg? Dass wir ähnlich gehalten sind, ein ganzes Leben zu warten, weil wir immer nur ein Wort glauben sollen, aber nie richtig sehen können? In den Glauben so hineinzuwachsen, dass wir sehen lernen? Wie geschieht das? Es ist kein Zufall, dass die Kirche dieses Fest, dass die Ostkirche mit der wunderbaren Überschrift der Hyperpanti versieht, dem Fest der Begegnung. Christus wird in den Tempel getragen. Er begegnet dem Bundesvolk Israel. Aber für uns bedeutet das noch mehr. Christus ist im Tempel. Das heißt, wir sollen wie Simeon, der vom Geist in den Tempel geführt wird, wie Hannah, die sich Tag und Nacht darin aufhält, wir sollen zur Kirche kommen, damit unsere Augen sehend werden. Und nicht nur zum Gebäude, sondern zum Leib Christi gehören. Das ist der tiefe Sinn dieser Begegnung. Da er das fleischgewordene Wort von Pflegevater und seiner jungfräulichen Mutter in den Tempel gebracht wird, selber zum Tempel wird. Und er will uns mitnehmen. Er will uns sagen, wenn ihr mir begegnen wollt, dann sucht den Tempel auf. Und dann wird eure Sehnsucht erfüllt werden. Dann werden auch wir eins sprechen können. Jetzt kannst du deinen Sklaven freilassen, weil sich dein Wort an mir erfüllt. Ich glaube, es täte unserer Zeit und jedem Einzelnen von uns gut, wenn wir in uns diese Sehnsucht weckten. Der heilige Bernhard hat sich an diesem Fest geradezu zum Nachtwächter vor seinen Brüdern gepredigt über diese Sehnsucht, über dieses Desiderium, um das es an diesem Fest geht. Wir kriegen sozusagen Christus auf dem Silbertablett serviert. Wir entdecken irgendwann, wenn wir lernen, Dinge einzuordnen, dass wir getauft wurden. Und dann gehört er irgendwie zum Leben dazu. Wie ein Einrichtungsgegenstand. Wenn es uns passt, nutzen wir ihn. Ansonsten polieren wir ihn vielleicht ab und zu. Und dann denken wir, ach ja, es wäre vielleicht auch ganz schön, wenn wir irgendeine Art von Beziehung hätten. Dann ist es schon hochgegriffen. Und manche nutzen es gar nicht. Von Sehnsucht keine Spur. Aber es sind doch die tiefen Fragen des Lebens. Gerade wenn wir neu lernen müssen zu warten. Wenn wir auf welche Weise und in welchem Bereich auch immer eine ungestillte Sehnsucht haben, dann brechen doch solche Fragen auf. Dann sind wir in der Situation von Simeon und von Hannah und von all den Gerechten. Und dann sollen wir lernen, uns auf dieses Licht, das uns heute neu geschenkt und präsentiert wird, auszurichten. Wir sollen unsere Sehnsucht nicht zu schnell zustopfen mit dem, dass wir dann als Reaktion sagen, davon habe ich jetzt genug. Heißt aber auch zugleich, ich brauche etwas anderes. Nein. Diese echte Sehnsucht, die wir bei unseren kleinen Sehnsüchten ordnen können, einordnen können, die sollen wir nicht vorschnell stillen. Wir sollen sie münden lassen in den großen Strom der Sehnsucht. Und es gibt nur eine Erfüllung für diese Sehnsucht. Das ist Christus selber. Er wird sie mit sich selber stillen, diese Sehnsucht. wie dieses Kind auf den ausgestreckten, steif gewordenen Armen eines Kreises, eines gerechten Israels. Er ist nicht nur die Verherrlichung seines Bundesvolkes, sondern er ist unser Licht, so singte Simeon. Das Licht eines und einer jeden von uns. Wecken wir die Sehnsucht nach ihm, um ihm endlich begegnen zu wollen.